Hier der nächste, der Yamabuki von Isomiya Nisai, 54 cm. Die Fische schaukeln leicht, weil wir sie immer leicht anbetäuben. Der Mitter kann er rausspringen, die verletzen sich zum Teil sonst zu euch. Isomiya ist ja bekannt in Japan für seine sehr guten Yamabuki-Linien und das ist jetzt ein Exemplar, der locker die 80 schafft, wahrscheinlich auch die 90, also 54 cm. Breiter Kopf, langer Kopf, hat sehr schönen Kopf, schöne Augen und auch hier wieder an der Rückenflosser, der Ansatz ist die Endfarbe vom Gelb. Bei Bedarf könnt ihr euch gerne melden, kann auch hierbleiben zum Abwachsen. Sansai oder Yonsai kein Problem.